Nominiert für den Thüringer Energieeffizienzpreis 2018. Klump Präzisionswerk für ihr vorbildhaftes Energiemanagement in produzierenden Gewerbe. Weber Klump produziert mit 160 Mitarbeitern im Jahr 240 Millionen Einzelteile. Man kann viel einsparen und im Endeffekt fiel 2013 die Entscheidung, dass wir ein System einführen, um unsere Ressourcen zu minimieren. Bisher wurden beim Automobilzulieferer eine ganze Reihe von Energieeffizienzmaßnahmen geplant und umgesetzt. Zum Beispiel werden durch den Einsatz eines Freikühlers pro Jahr etwa 330.000 Kilowattstunden Strom gespart. Die Umstellung auf LED-Beleuchtung spart zusätzliche 120.000 Kilowattstunden. Eine verbesserte Abwärmeverteilung aus der Druckluftversorgung reduziert Kosten für Heizung und Kühlung. Überwacht werden alle Verbräuche über ein Monitoring-System. Effizienter Energieeinsatz ist bei Klump kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. Je mehr wir den Energieverbrauch senken, desto besser ist es für das Unternehmen und für die Umwelt.